Hallo, hallo zusammen. Heute geht es um das Thema Kamerakaufempfehlung bis 2000 Euro. So ein bisschen Anfänger und Fortgeschrittene zusammengefasst, was ich aus meiner Praxis gelernt habe, was diese Preisklasse betrifft. Und weil vor allen Dingen sehr viele Anfragen von euch hin und wieder kommen zu dem Thema, was kannst du empfehlen, was benutzt du, was funktioniert überhaupt nicht in der Praxis und und und, möchte ich gerne dieses Video bringen. Ich hoffe es ist spannend und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Los geht es mit dem Thema an sich. 2000 Euro, das ist eine ganze Menge Geld. Auch in der Fotografie, Videografie ist das eine ganze Menge Geld, womit man schon sehr viel machen kann heutzutage. Auch wenn die Preise der Hersteller ziemlich nach oben gerutscht sind in den letzten Jahren, geht da immer noch ein bisschen was und heute soll es nicht darum gehen, was du gebraucht bekommst oder an uralt Gläsern, uralt Kameras, sondern wirklich, was wäre im Sinne von, wenn du jetzt alles neu kaufen musst oder möchtest, was ich dir empfehlen kann. Und dann gibt es natürlich zum einen das Thema Kamerabody. Ich habe jetzt mal hier drei Stück aufgereiht, drei verschiedene Hersteller, die ich selbst auch lange Zeit benutze, also da gut an Erfahrung was mitgeben kann. Und dann gibt es immer das Thema, auch was möchtest du damit machen, wofür verwendest du das Ganze und möchtest du das Ganze weiterführen im Sinne von, da kommen dann noch mehr Kosten auf dich zu. Das muss man alles bedenken, wenn es darum geht, okay, ich investiere jetzt das Geld für die Kamera, für das Equipment generell und dann gehe ich damit los. Also ihr seht hier, neben mir habe ich jetzt aufgebaut die Fuji, die X106. Ist aber eher symbolisch für Fuji zu sehen. Daneben die Sony A7R5 und die Canon R5 auch. Alles drei tolle Kameras mit drei unterschiedlichen Schwerpunkten, da kommen wir dann noch darauf, mit drei unterschiedlichen Preisklassen natürlich und unterschiedlichen Zielgruppen. So, mich filmt gerade eben die Sony A7S III, wobei die ist ein bisschen raus aus dem Spiel, weil sie sich eher mit dem Film beschäftigt und dafür am besten geeignet ist. Also, fangen wir an mit dem Thema bis zu 2000 Euro, was bekommst du bei wem und wie viel. Also, ihr seht neben mir, hier habe ich die Fuji, wie gesagt, aufgebaut und die ist eher so der Klassenprimus, wenn es um die Kompaktkameras bis 2000 Euro geht. Daneben haben wir dann die Sony A7R5, die liegt bei um die zwischen 3000 und 4000 Euro, je nachdem, wann und wo du sie bekommst. Und die R5 von Canon, die liegt auch ähnlich wie die Sony A7R5, liegt ähnlich bei knapp um die 3.500 Euro, je nachdem, wann du sie kaufst, wo du sie kaufst. Also, beide ein bisschen ähnlich im Preis, aber anders als die Fuji, die deutlich unter 2000 Euro liegt und die hier eher vor allen Dingen für das Thema heute, für die Zielgruppe, vor allen Dingen zum Beispiel ein Vorschlag wäre. Das heißt also, bevor du jetzt losgehst und sagst, ich packe mir jetzt den Warenkorb zusammen, überlege erst einmal, möchtest du eine Kamera benutzen, die eher klein, kompakt und handlich ist, die das Objektiv fest dran verbaut hat, wie die Fuji, die du quasi überall mit hinnehmen kannst und ja, sie hat einen kleinen Akku und einen kleinen Sucher, aber du kannst sie überall mit hinnehmen und wenn du jetzt losziehst, eine Weltreise machen möchtest, wäre das meine Empfehlung für dich, wenn du nichts weiter dabei haben möchtest an Equipment, dann so ein Fuji vielleicht anzuschauen, bevor du dir ein großes Kamerasystem mit verschiedenen Objektiven mitnimmst und dann auch noch Gefahr läufst. Beim Diebstahl könnte dann quasi der Schaden auch größer sein. Also das im Vorfeld erstmal klären, soll es etwas Kompaktes sein oder eine Kamera mit Wechselobjektiv. Soll es eine Kamera mit Wechselobjektiv sein, dann ist es natürlich schon immer die Frage, welches Kamerasystem von welchem Hersteller möchtest du benutzen? Und da stellt sich auch sehr schnell die Entscheidung ein, denke ich, wenn klar ist, was du, wenn wir sagen bis 2000 Euro, was du an Objektiven daran verwendet möchtest. Also wenn du vor allen Dingen in der Landschaftsfotografie unterwegs bist, wirst du in der Regel bis 50 Millimeter, 70 Millimeter gehen, vielleicht auch ein Teleobjektiv dabei haben, aber in der Regel wahrscheinlich eher im Weitfindelbereich unterwegs sein. Warten wir kurz, bis Pepper fertig ist mit Kratzen. Das heißt, im Landschaftsbereich wirst du wahrscheinlich auch dementsprechend Objektive brauchen, die den Weitwinkel abbilden. Und das können zunächst alle Hersteller, also Nikon, Canon und Sony und Fuji. Allerdings nicht, wenn du eine, hier, diese Point-and-Shoot-Kamera von Fuji hast, da hast du dann die umgerechneten 35 Millimeter am Objektiv fix und du kannst es auch nicht abnehmen. Du kannst einen Konverter drauf machen, da gehst du ein bisschen weiter, allerdings nicht so weit wie jetzt ein 12, 14 Millimeter an Vollformat umgerechnet, also ein tatsächlich natives Weitwinkel von 14 bis 16 Millimetern. Und das geht natürlich nicht. Da bist du ein bisschen gebunden daran, was du ja an Möglichkeiten hast. Das muss dir klar sein. Das heißt nicht, dass die Kamera ungeeignet ist. Du musst einfach wissen, dass es im Vorfeld nicht wirklich ein Weitwinkel möglich wäre. Das heißt, der Bildlook ist ein anderer und der ist in der Regel immer fest und fix. Kameras mit Wechselobjektiven, wie zum Beispiel im Hause Sony, die bieten natürlich unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Das heißt, du könntest bei der Sony zum Beispiel dir statt der A7R5 könntest du dir die A7III anschauen. Das ist eine Vor-Vorgänger-Kamera immer noch gut. Klar, ein alter Sensor, allerdings für unter 2000 Euro bekommst du sie zum Teil immer noch neu. Es gibt immer noch Neuware davon, die könntest du dir anschauen. Oder die A7IV in einer Rabattaktion unter 2000 Euro. Da gibt es sie auch hin und wieder, habe ich auch schon gesehen. Dann einfach die A7IV zuschlagen, da hast du Foto und Video dabei. Du hast eine wahnsinnig gute Kamera mit einem tollen Autofokus und bist quasi fertig. Hast kein Objektiv dabei, allerdings bist du unter 2000 Euro und könntest du theoretisch ein gebrauchtes Objektiv irgendwoher beziehen und bist vielleicht um die 2000 Euro unterwegs mit der A7IV, mit einem festbrennweiten Objektiv oder mit einem Standard-Zoom-Objektiv. Und das wird für das meiste ausreichen, wenn du erstmal damit anfängst und dann aber eine gute Kamera von vornherein benutzen möchtest. Das heißt also, Sony wäre die Variante, wenn es darum geht, klein, kompakt, unter 2000 Euro, vor allen Dingen das meiste an Preis-Leistung. Gerade wenn ich an die A7C-Reihe denke, die Sony A7C, die erste Variante, die erste Version mit 24 Megapixeln, ja, bekommst du schon weit unter 2000 Euro. Und vielleicht mit dem 28-75 dabei hast du durchgehende Blende 2.8. und dann könntest du, je nachdem wann du es kaufst und wo du es kaufst, könntest du es schaffen, tatsächlich unter 2000 Euro zu bleiben und hast ein Allround-Objektiv dabei, hast eine Kamera mit 24 Megapixeln, hast Vollformat, du hast tolle Fotofunktionen, Videofunktionen, du hast einen tollen Autofokus und du hast vor allem die Möglichkeit, tatsächlich das Ganze relativ klein und kompakt mit unterwegs fast immer zu benutzen. Jetzt ist die Frage, ja, Sony ist natürlich gut aufgestellt, was die Objektive betrifft, wie sieht es denn bei den anderen aus? Also gerade bei Nikon ist es so, ich bin ja so, obwohl ich selbst keine Nikon-Kamera habe, ich bin ja so ein Fan von Nikon, wenn es darum geht, von Null zu beginnen, weil Nikon einfach andere Vorteile hat für meine Begriffe. Nikon hat zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass du Dritthersteller-Objektive benutzen kannst von Tamron und Sigma, das heißt, du bist deutlich günstiger in den Objektiven, auch im späteren Kauf bleibt es dann relativ günstig im Vergleich zu den Original-Hersteller-Objektiven, du hast überhaupt mehr Auswahl und die Nikon-Kameras, die gibt es halt auch schon für unter 2000 Euro. Gerade die Z6 II hatte ich erst vor geraumer Zeit dieses Jahr in einem Kurztest gehabt mit dem 24-70 Objektiv, tolle Kombination, tolle Suche, tolles Display, tolle Kamera, toller Autofokus, Autofokus nicht auf dem Niveau von einer Canon R5, okay, auch klar, ist es auch bekannt. Allerdings ansonsten eine sehr, sehr gute Kamera doch für People und so ein bisschen Street-Fotografie, aber auch für Landschaften wirklich sehr gut geeignet. Weniger für Hochzeiten, aber vor allen Dingen für Landschaften durchaus gut geeignet, hat auch gute Videofunktionalitäten und gerade was den Suche und das Display betrifft, da musst du dann schon zu einer R5 greifen, wenn es besser sein soll im Gesamtpaket. Also Display und Suche ist fast gleich zur R5 und die kostet halt schon fast das Doppelte, also mehr als das Doppelte fast zur Z6 II. Von so her stellt sich dann gar nicht mehr die Frage, wenn es ums Geld geht, Nikon oder Canon, wenn es nur um die reine Fotografie im Landschaftsbereich und auch so ein bisschen Menschen und People, Street-Fotografie geht, würde ich im Zweifel, wenn ich neu beginnen würde, immer zur Nikon greifen, zur Z6 II, 24 Megapixel, eine robuste Kamera, ein wirklich sehr solider Sensor, sehr immer noch modern, sehr zeitgemäß trotz allem noch und reicht für das meiste aus, tolles Rauschverhalten im Sensor und von so her eine sehr, sehr gute Kamera, die ich empfehlen könnte, auch klein und kompakt. Also kann man machen. Jetzt ein bisschen die Frage bei Nikon, was kauft du denn Objektiven dazu, wenn du damit jetzt startest? Und da würde ich sagen, auch in die Richtung 28, 75 mal schauen. Da kann es sein, dass du über 2.000 Euro kommst, je nachdem, wann du die Kamera kaufst. Ihr seht, es wird schwierig, für 2.000 Euro was Gutes und Solides zu bekommen. Es ist aber nicht unmöglich. Und du hast natürlich die Möglichkeit, bei Nikon auch Altglas zu adaptieren, wenn du sagst, okay, die Kamera ist jetzt teurer geworden, alles geplant, aber ich adaptiere jetzt älteres Glas, zum Beispiel einen Spiegelreflexbereich raus, was ich für die Landschaftsfotografie benutze. Das geht natürlich auch. Und mit dem Adapter, mit dem FTZ-Adapter geht das dann auch natürlich und dann bist du relativ sicher, was das angeht, wenn es um deine Brennweiten angeht, die du im Landschaftsbereich benutzen möchtest. Nikon ist so das eine und jetzt kommen wir noch zu Canon. Ja, da könntest du dir die R5 natürlich kaufen, die ja viel weiter über dem Budget liegt, aber unter 2.000 Euro wird es schwierig bekennen. Denn da gibt es die R8, eine tolle Kamera, und alle anderen sind dann APS-C-Kameras. Und das ist halt so ein bisschen, du könntest die R6 kaufen. Die R6 kostet ja auch unter 2.000 Euro, hat aber knapp über 20 Megapixel nur. Das wäre mir in der Landschaftsfotografie zumindest schon zu wenig. Deshalb vielleicht eher zur R8 greifen. Die R8 hat allerdings das Manko, dass du keinen Joystick hast. Du hast nicht mal diese Touchbar von der EOS R früher. Also für mich ist die EOS R8 eine abgespeckte EOS R, wenn man so möchte. Sehr ähnlich, ein bisschen leistungsstärker, klar, aber weniger in der Auflösung potent und natürlich in der Bedienung deutlich komplizierter. Du hast nur dieses Steuerkreuz hinten dran oder Touch auf dem Display. Und jetzt kannst du sagen, das funktioniert für die Landschaftsfotografie. Sobald du Menschen fotografierst, wird das schwierig, vor allen Dingen, wenn du switchst zwischen Augen-Autofokus oder Punkt-Autofokus und verschiedenen Zonen. Dann wird es schwierig, weil du mit dem Joystick das Ganze viel schneller und besser steuern könntest und über das Touch-System, ja, das geht. Ich fühle es fummelig. Ich würde es nie als einzige Alternativ oder als einzige Variante benutzen. Von so her kann ich da keine Empfehlung geben, was Canon betrifft unter 2.000 Euro, wenn du das Ganze auch sehr vielseitig verwenden möchtest und auch die Bedienung ein bisschen besser von der Hand gehen sollte. Das heißt also, da ist es schwierig. Es geht, klar, es geht. Allerdings vielleicht dann eher im APS-C-Bereich schauen. Da gibt es ja nun drei APS-C-Objektive auch von Canon. Nicht so lichtstark, okay. Dafür preisgünstig und klein und kompakt. Geht natürlich, klar, kann man machen. Wäre nicht meine erste Wahl, sagen wir es mal so, um das noch freundlich zu formulieren. Da würde ich dann schon eher schauen, dass ich vielleicht die R6 Mark II, wenn es hier mal ein bisschen günstiger ist, eine Aktion mir dann kaufen würde, weil einfach bessere Kamera, bessere Bedienung, ein bisschen ausgereifter als die erste Variante und da hast du deutlich länger etwas davon, ist langlebiger generell und einmal gut investiert, wirst du daran viele Jahre Freude haben. Das ist so das. Ohne jetzt in den Gebrauchtmarkt zu schauen von den neueren oder besseren Kameras oder Spiegelreflex, geht natürlich auch immer. Und du könntest im Canon-Bereich, auch wie im Nikon-Bereich, natürlich Altglas adaptieren. Wenn du sagst, ich bin jetzt bei 1700 Euro gelandet für den Body beispielsweise, du hast den Adapter für die früheren, für die alten Spiegelreflex-Gläser, dann könntest du dir theoretisch gebraucht ein altes Spiegelreflex-Glas kaufen, das Ganze fast eins zu eins an der Canon benutzen. Geht natürlich auch. Wird auch nicht billig sein, allerdings hast du dann zumindest einen Brennweitenbereich und lichtstark, der noch bezahlbar ist, zumindest im Hobby und ambitionierten Bereich, mehr, zumindest mehr bezahlbar als die neuen RF-Gläse, die deutlich teurer sind, die gut sind, keine Frage, die hochauflösend mit dem Bildergebnis, die am Ende auch liefern können, aber halt schon sehr, sehr teuer sind. Das heißt, du musst im Vorfeld überlegen, willst du mehr Geld investieren, auch später, und kannst das investieren, dann würde ich vielleicht eher zum Kennen-Bereich schauen, wenn auch Geld keine Rolle spielt. Und wenn du sagst, Preis-Leistung sollte stimmen, dann würde ich eher in den Nikon-Bereich schauen, gerade wenn es darum geht, vielleicht zu schauen, das Ganze soll robust sein, das Ganze soll auch wirklich zuverlässig sein. Wenn du vielleicht nochmal ernsthafter später damit arbeiten möchtest, würde ich eher in den Nikon-Bereich schauen, weil da Preis-Leistung mit Professionalität und auch Zuverlässigkeit für meine Begriffe am meisten stimmt gegenüber allen anderen Herstellern. Und wenn Geld nur eine Rolle spielt und überall nur das Thema ist, dann würde ich ganz klar zu Sony schauen, weil du einfach dafür das Geld am meisten geboten bekommst. Du bekommst am meisten Kamera für das Geld, du bekommst die größte Auswahl an Objektiven, an Drittherstellerobjektiven, an auch Originalherstellerobjektiven. Gibt es wirklich eine breite Palette, auch Gebrauchtgläser-Nativ, gibt es auch eine breite Palette, die sind ja quasi auf jedem Gebrauchtmarkt vertreten. Von so her, wenn tatsächlich nur das Geld eine Rolle spielt, würde ich eher zu Sony gehen. Und dann würde ich mir tatsächlich die Sony A7C anschauen, die Sony A7C in der ersten Generation, würde mir dazu die 2875 anschauen oder vielleicht, wenn du Glück hast, ein 2470. Du kannst dir allerdings auch, wenn du nicht ganz so lichtstark unterwegs sein möchtest, dir das 24105 anschauen. Das habe ich hier auch drauf. Und das ist tatsächlich mein Objektiv to go, wenn du so möchtest. Nicht so lichtstark, reicht aber gerade bei Tagessicht völlig aus und sorgt dafür, dass der Geldbeutel nicht ganz so stark strapaziert wird. Du die Brennweitenbereiche bis 105 mm abdecken kannst, ab 24 mm. Das ist ein tolles Objektiv, was du für vieles benutzen kannst. Es hat einen Bildstabilisator eingebaut. Und rundum ist es wirklich ein sehr gutes, sehr solides Konzept, auch zum Filmen gut geeignet. Also du merkst, da kann ich tatsächlich nichts gegen sagen. Das Ganze ist wirklich sehr gut. Wenn du jetzt zu Nikon gehst, gibt es kein 24105, es gibt das 24120. Auch ein sehr, sehr interessantes Objektiv, was ich persönlich mir auch als allererstes mitkaufen würde. Wenn ich jetzt eine Nikon-Kamera mitkaufen würde und von Null anfange, dann würde ich auf jeden Fall das 24120 dazunehmen. Dann würde ich mir später noch natürlich das 1424 noch holen, das 28er und vielleicht später dann irgendwann das 70200. Allerdings würde ich fürs Erste mit den beiden Objektiven starten und da hast du schon das meiste. Was du brauchst, und wenn du doch lichtstark brauchst, gibt es bei Nikon immer die Möglichkeit, auch die 1.8 Objektive zu kaufen. Die gibt es ja auch in diversen Formaten, in diversen Brennweiten, die auch nicht billig sind, aber schon noch bezahlbar. Zumindest günstiger und bezahlbarer als bei Canon. Von so her hat der Nikon auch, denke ich, ganz viel richtig gemacht. Also die bietet sich für die, die da einsteigen, noch eine ganze Menge. Und wenn du sagst, okay, Geld ist egal, ich kann da ausgeben, was ich möchte, dann wirst du wahrscheinlich dieses Video auch nicht geschaut haben bis 2000 Euro. Allerdings wäre dann die Variante zu sagen, okay, ich nehme die R6 II oder die R6. Meinetwegen kaufe eben dann die teureren Objektive, das 1535 zum Beispiel, für Landschaften ein tolles Objektiv. Durchgehende Blende 2.8, tolle Bildergebnisse, tolle Schärfe im Bild, für Vlogging geeignet, für Fotos sowieso geeignet, für Landschafts- und Milchstraßenfotografie geeignet. Auch so ein bisschen Piepel-Fotografie, 30, 35 Millimeter, das geht mit dem Objektiv richtig, richtig gut, ist aber im Gesamtpaket natürlich viel teurer als 2000 Euro. Und es gibt fast nichts Vergleichbares bei Canon. Tritthersteller gibt es gar keine. Du müsstest quasi gezwungenermaßen adaptieren. Von so her kann ich da jetzt schwieriger das empfehlen, außer eben die Canon R8 beispielsweise, mit einem 35 Millimeter Objektiv, mit dem 1.8, was es gibt, um die 500, 600 Euro. Das könntest du machen, dann wärst du unter 2000 Euro, hättest allerdings ein Objektiv, bist in der Brennweite fix. Und dann wäre zu überlegen, das ist recht groß, die Bedienung ist umständlich, wäre denn vielleicht, auch wenn es etwas ganz anderes ist, vielleicht die Fuji für dich etwas, weil 35 Millimeter hast du hier auch fix, Lichtstärke, äh nicht Lichtstärke, ähm vielseitiger, weil du damit deutlich besser nochmal filmen kannst und du bist kleiner und kompakter und nimmst die Kamera wahrscheinlich auch mal eher in die Hand, als die große Canon, die ja nun von der Zielgruppe eher angelegt ist, dass man sie als Zweitkamera dabei hat. Also das wäre wirklich zu überlegen, wenn du sagst bis 2000 Euro und du liebäugest mit Canon, aber es ist halt auch recht groß und Bedienung ein bisschen, hm, 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 schwierig, fummelig, dann vielleicht auch eher mal zu Fuji schauen, auch wenn es eine ganz andere Sparte ist mit den Kompaktkameras. Aber vielleicht ist es genau dann das Richtige für dich, wo du sagst, wow, als eine Kamerakombination mit einem Objektiv, es ist vielleicht genau das Richtige und du nimmst es halt doch mal eher mit, gerade mit einer schönen Trageschlaufe dran, hängst du sie dir um und hast dir vielleicht dann doch immer dabei für Familienfotos, für deinen Hund fotografieren, für so ein bisschen im Privatbereich, ja, auch ein bisschen ernsthafter fotografieren, geht das durchaus, du hast eine tolle Bildqualität, von so her ist es auf jeden Fall mal, denke ich, ein Blick wert, das anzuschauen und ich hoffe, das hat dir jetzt ein bisschen geholfen. Ich fasse auch nochmal kurz zusammen, wenn es darum geht, welchen Kamerahersteller du von Anfang an angehen solltest, wenn das Haus abbrennt und du hast nichts und Geld spielt eine Rolle, klar, dann auf jeden Fall zu Sony gehen, Sony A7C anschauen, die sollte für das meiste reichen, auch im Videobereich, tolle Funktionen drin, geht wirklich tatsächlich für das meiste und sollte auch für ambitionierte Fotografen und Filme durchaus reichen. Wenn du sagst, klein und kompakt soll das Ganze sein, dann würde ich vielleicht eher im Fuji-Bereich mal schauen, weil die haben wirklich gute Kompaktkameras, die sind natürlich teurer als die Sony-Kompakten, haben aber den Vorteil, dass sie ihren Charme haben, also mit ihren Fuji-Farben und auch den tollen Sensor drin haben, tolle Videofunktionalität und wenn du denn eine bekommst, ja, Bestellung ist immer noch schwierig, dann wäre das auf jeden Fall meine erste Wahl, wenn es um Kompaktkameras geht. Im Nikon-Bereich wäre ich allerdings, wenn es darum geht, etwas seriöser, professioneller aufzutreten im Sinne von Zuverlässigkeit, Wetterfestigkeit und Landschaftsfotografie würde ich immer zur Z6 II kaufen oder eine günstige, gebrauchte Z7 II, wobei neu ist die Z7 II auch immer noch über 2.000 Euro, also vielleicht die Z7 erste Generation nochmal anschauen oder eben die Z6 II, wie gesagt, nehmen und dann gucken, welches Objektiv dazu. Da gibt es Bundle-Möglichkeiten, wo man um die 2.000 Euro schon wegkommen kann, mit Vollformat, dann mit einer tollen Kamera, toller Sucher, tolles Display. Das findest du so nicht bei Sony in dem Bereich. Da musst du dann schon eher zu Canon gehen und bei Canon wäre es dann eher die R8-Variante mit beispielsweise dem 35mm Objektiv, Blende 2.8, 2.8, 2.8 genau. Oder dann das 16mm 1.8 von Canon, 2.8, sorry, 16mm 2.8 habe ich selbst auch. Geht natürlich auch in Vollformat. Du bist allerdings dann fix mit der Brennweite und kannst nicht wirklich flexibel mitarbeiten, hört es aber Vollformat. Das ist so ein bisschen das, was du mitdenken könntest. Müsstest dann für die Nachfolgeobjektive auch tiefer in die Tasche greifen, in der Regel, als mit den anderen Herstellern. Aber es geht natürlich. Und dann wäre die Frage, wenn du damit später weitermachen möchtest, im Sinne von, du möchtest vielleicht mal mehr Video machen, nicht nur Foto, dann wäre sowieso zu überlegen, welche Kamera von vornherein anzuschaffen wäre. Dann wäre vielleicht unter 2.000 Euro schon der Body schwierig. Dann würde ich eher sagen, bis 3.000 Euro musst du gehen, je nachdem, welcher Hersteller es am Ende auch wird, plus Objektiv. Aber das ist vielleicht ein Thema für ein anderes Video. Mich würde interessieren, welche Kombination du benutzt, was du vielleicht bis 2.000 Euro noch empfehlen kannst. Habe ich was vergessen? Habe ich etwas erzählt, was du korrigieren kannst? Gern unter das Video schreiben, gern einen Kommentar hier lassen, sodass wir alle ein bisschen gegenseitig wissen und profitieren können, welche Tipps es dann am Markt noch gibt. Und wenn dir das Ganze gefallen hat und wenn du sagst, es war nützlich, hat mir geholfen, lass gerne einen Daumen nach oben hier, abonniere meinen Kanal und das hilft mit dem Algorithmus. Vielen Dank dafür und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020